Hast du das gehört, Mom? Du könntest hier sogar im Garten arbeiten. Nancy, ich wollte dir nur sagen, dass ich für ein paar Tage wegfahren werde. Wollen Sie mir vielleicht Ihren Namen verraten? Edith Moore. Leute, die clever sind, die gehen mit jemandem hoch, der sich auskennt. Und wer kennt sich aus? Sie können sicher sein, dass das von Ihrem Honorar abgezogen wird. Wir fangen mal ganz ruhig und schön gemütlich an. Alles okay? Es gibt nicht viele Menschen, die so eine Aussicht haben. Was wir hier oben machen, das finde ich echt inspirierend. Das ist ja lecker. Man denkt nur einmal. Tja, als ob ich das nicht wüsste. Ach, den müssen Sie mitnehmen. Nicht, dass wir sich selbst vergessen. Ich bin dazu nicht mehr in der Lage. Ich bin müde. Ich bin erschöpft. Verdammt gescheiß, ich bin alt. Nee. Ich habe schon so oft im Leben Zeit vergeudet und Dinge nicht getan. Ich bringe Sie hoch auf den Kipfel. Sie schaffen das nicht. Ich bin zu brightly,保fiert. Ich bin zufrieden. Untertitelung des ZDF, 2020